Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Nuka World. Um genau so zu sein, stehen wir vor dem, ich will es gar nicht aussprechen, Wixen Schaufelmuseum. Ja, dabei interessiert mich natürlich, was hat es damit auf sich? Natürlich, wir haben schon drin gesehen, es gibt hier Schaufeln. Also, wenn jemand Schaufeln noch sucht, hier kann er sie finden. Und vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Geschichte hier rum, wir nehmen einfach die ganzen Schaufeln mit hier. Und ich vermute mal, ich habe oben schon einen, was haben wir denn da eingesammelt, war das ein Schlauch? Da müssen wir doch mal gucken, ich habe oben schon einen Monitor blinken gesehen vorhin und da können wir doch mal schauen. Was für eine Geschichte, oh, hier, aktivieren, eine Tafel. Wir schauen erstmal, was haben wir denn da gerade eigentlich eingesammelt? An Schrott, oh, das ist jetzt schwer zu sagen, obwohl es geht. Eine Wirbelsäule war das vielleicht. Es sah bei diesen Lichtverhältnissen dann für mich ein bisschen nach einem Schlauch aus, aber sowas kann man ja auch schon mal schnell verwechseln. Wirbelsäule, Schlauch. Nun, ich hoffe, das passiert dann im Krankenhaus nicht, obwohl heute werden ja Wirbelsäulen wahrscheinlich noch nicht so oft ausgetauscht. Wir schauen mal, was hier auf dieser Tafel steht. Die britischen Shovel Fighters gehörten zu den gefürchtetsten und gefährlichsten Kämpfern des Unabhängigkeitskrieges. Sie waren für ihre makellose Gräben und die unheimliche Fähigkeit bekannt, Gewehrschüsse abzulenken. So, was konnten sie also? Da hinten fliegt doch irgendwas. Ein Vogel hoffe ich. Nur ein Vogel. Er ist auch schon weg, doch da oben flattert er noch. Doch, das war nur ein Vogel, okay. Also gut, wir müssen eines tun. Wir müssen natürlich alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist. Diese Schaufel wurde vom Nachbarn des Cousins unseres 16. Präsidenten Abraham Lincoln eingesetzt, um im Jahr 1862 ein Latrinenloch zu graben, das der Präsident höchstpersönlich benutzt haben könnte. Also ich bin mir nicht sicher, ob es so etwas wirklich gibt, aber ich glaube eher, dass das eine Veräppelung ist auf irgendetwas. Könnte ich mir vorstellen, oder gibt es wirklich ein Schaufel-Motion? Nun, diese vom Schauspieler Keith McKinney im Film Ditch Diggers of Düsseldorf benutzte Schaufel kam als Requisit für McKinneys Stunts in gefährlichen Action-Szenen zum Einsatz. Okay, den Film kenne ich zwar nicht, aber ich werde mal googeln, ob es den wirklich gibt. Der Gegenstand, den Sie hier sehen, ist im eigentlichen Sinne keine Schaufel, sondern ein Spaten mit langem Griff. Wie er zwischen dem 3. und 7. April 1963 beliebt war. Schade, haben wir das schon eingesammelt? Ich habe jetzt den Spaten gar nicht gesehen. Ein Schaufel. Private Jean-Luc Allard benutzte diese Schaufel, als er bei zeremoniellen Paraden in ganz Europa hinter Napoleons Pferd herlief. Bitte nicht berühren. Iiiiihihi, wir haben sie schon im Inventar. Muss das sein? Und was gibt es hier noch? Ich sehe keine Schaufel darunter. Es ist abgedeckt. Die erste Schaufel stammt aus der Jungsteinzeit und wurde wahrscheinlich aus dem Schulterblatt eines Tieres hergestellt. Anhand dieser Replik erkennen Sie, wie die Schaufel ausgesehen haben könnte, wenn sie in der Neuzeit in Mexiko hergestellt worden wäre. Kommen Schaufeln prinzipiell immer aus Mexiko, die neuen? Das finde ich aber ganz nett und ich finde es super, dass hier auch, ja, dass man da was anklicken kann. Das ist keine Schaufel gewesen, das war ein Messer und das ist ja erst die untere Etage vom Schaufelmuseum hier. Das Wixom Schaufelmuseum. Okay, oben Büroräume, natürlich ein Museum. Braucht natürlich Büroräume ohne Schaufeln. Mit luftigem Ausgang. Und eine Tür zum WC. Da hat sich jemand versucht, auf dem WC hier eine Schaufel unter den Nagel zu krallen. Hat er geschafft. Bis zum WC ist er gekommen mit seinem Rum. Eine Rumflasche. Okay, ja, Wein, Whisky, Wodka. Hier haben wir alles für eine gelungene Party auf jeden Fall. Es gibt auch Partys ohne Alkohol, Saftpartys. Haha, für Saft, ich will es gar nicht sagen. Für Leute, die lieber Saft mögen. Warum denn auch nicht eigentlich? Mitarbeiter Terminal benutzen wir doch gleich mal. Und gucken, was uns hier noch so verraten wird. Eigentum des Wixom Schaufelmuseums. Mitarbeiter R, J, Asterisk, K und Raute plus Datei beschädigt. Oh, schade. Na gut, Datei im Juli 33 wahrscheinlich. Nichts dahinter. Datei beschädigt. Nachricht. Sehr geehrter Mr. J, irgendwas. Auch beschädigt. Okay. Me64 und so weiter. Ihr seht das selber. Das ist sehr schwer vorzulesen für mich. Das mache ich nicht alle Tage. Aber das Kündigungsschreiben, das sieht doch aus, als könnte man es lesen. Und ja, man kann es lesen. Schweren Herzens gebe ich hiermit bekannt, dass heute mein letzter Tag im Schaufelmuseum sein wird. Nachdem ich fast sieben Jahre hier gearbeitet habe, werde ich eine Position im Museum für Wischmops und Eimer übernehmen. Und in Kürze mit meiner Familie dorthin ziehen. Gemeinsam haben wir Großartiges geleistet. Und ich werde keinen von euch jemals vergessen. Danke für alles. R. Nun, da frage ich mich, ob er das vielleicht ist? Der Herr ohne Brustkorb und Beckenknochen und ohne... Das war es eigentlich schon. Den Rest hat er noch. Kaugummi für später. Damit es der Chef auch nicht merkt. Mit dem Rum. Oh, da hätte er lieber auf den Wodka zurückgreifen sollen. Wenn er das nicht will, dass man das am Geruch erkennt. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es ein Gerücht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass man vor der Fahrprüfung nicht nachmachen. Oh mein Gott, ich rede gar nicht weiter. Was erzähle ich denn da vor der Fahrprüfung vor allem? Ja, ja. Ja, würde gesagt, lieber Wodka als irgendwas anderes, weil Wodka kann man dann nicht so riechen angeblich. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt also, ja, wir gehen, wir sind auf dem Weg und wir werden weiter diesen Weg auch nehmen. Richtung Red Rocket, Richtung Nuka World Red Rocket. Da wird es uns hinziehen jetzt. Ja, wir haben hier einige Sachen unterwegs gelassen. Also wir haben nicht alles mitnehmen können. Viel zu überladen sind wir natürlich schon wieder. Auch hier schon, auch jetzt schon. Und so viel wagen sollten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Hier ist schon die Map wieder zu Ende. Wir sind hier mit dem Schaufelmuseum. Auf jeden Fall hier am Ende der Map gehen wir jetzt entlang. Dieses Stückchen hier können wir ja nochmal ein bisschen erforschen. Aber das haben wir schon. Und zwar als wir auf der Brad Burton Überführung waren, als wir dort die Gunner ausfindig gemacht haben. Ja, und jetzt zieht es uns also wieder nach Nuka World Red Rocket. Ja, und vielleicht, wenn ich noch so ein bisschen Schnappatmung habe und so ein bisschen nicht ganz bei der Sache bin. Ich sagte ja schon in der letzten Folge, die ganze Sache nimmt mich dann doch irgendwie... Es ist seltsam. Also ich habe die Geschichte vor sehr langer Zeit schon gelesen. Über Reddit und über Evensturmer. Und wenn man das laut ausspricht, das ist irgendwie was ganz anderes. Das war ja schon voraus zu sehen, aber... Nun gut, wir sind jetzt in einer neuen Folge. Wir haben natürlich das Snooker Love Rezept noch auszuprobieren. Das werden wir in einer Extra Folge dann nochmal machen. Hier haben wir uns wirklich schon gut umgeguckt in der Ecke. Das heißt, hier drüben am Baum könnte noch etwas sein, vielleicht irgendetwas Interessantes. Was erzählt uns hier noch eine Geschichte? Keine Geschichte. Nur jemand hat da eine Palette hier hingeschlört, an den Baum gestellt, Kisten aufgestellt und das war's. Vielleicht sind sie aber auch da oben aus der Einschienenbahn gefallen. Das glaube ich ja nicht. Naja, vielleicht war das jemand, der aus dem Wixen Museum gekommen ist. Ich dachte, ich hätte auf dem Stein irgendetwas Rotes gesehen gerade. Blutblatt auf dem Stein. Warum eigentlich nicht? Ja, wie dem auch sei, ich habe gesagt, wir wollen zurück nach Nuka World Red Rocket. Und sammeln aber unterwegs natürlich noch ein bisschen ein. Sind aber auch vorsichtig hoffentlich. Nicht, dass uns noch irgendwelche Stechflügler oder, ja, das sind sie schon, das Leben schwer machen oder Höhlen grillen. Also hier leuchtet es wieder schön gelb. Letztens waren wir doch an solchen Kokons oder an solchen Bauten. Da hat es doch den Einschein gehabt, als wäre das eher grau alles, was daraus fliegt. Naja, gut. Hier ist alles beim Alten. Ach, hier sind wir schon. Kitty Kingdom. Ja, dann ist es ja nicht mehr weit. Und wir sehen schon unsere Gazelle, die uns hier immer über den Weg läuft, wenn wir hier entlang gehen. Schönes Tier. Beautiful. Sehr schön. Haben wir hier eigentlich schon mal reingeguckt? Ich weiß, wir sind hier ganz oft schon dran vorbeigelaufen. Da unten ist zum Beispiel auch noch eine Fieberblüte. Da sollten wir auch mal nachsehen. Na, die Fieberblüte hier. Okay. Und waren wir denn schon in diesem Bus? Ach, Jengels, der Mond darf er. Ja, der muss ja nicht hier alleine rumliegen bleiben. Wir nehmen ihn mit, geben ihm ein neues Zuhause. Wahrscheinlich wird er dann irgendwann mal ein Gegenstand von uns, ein Bett oder so etwas. Aber er erfüllt einen neuen Zweck. Zumindest ist er nicht unnütz. Unnütz sollte niemand sein. Und muss in der heutigen Zeit auch niemand sein. Also, wie man sieht, da oben steht immer noch die Power-Rüstung. Da waren wir also schon. Und, ja, dann zieht's uns halt weiter. Zu den Souvenirtassen, die da vorne in dem Korb wahrscheinlich wieder liegen. Aber das ist doch neu. An der Stelle dort, ich sehe dort einen Ameisenhügel. War der denn schon immer dort? Ich glaube eher nicht, oder? Da drüben. Genau da. Ich glaube nicht, dass dort früher schon ein Ameisenhügel war. Das wäre uns doch aufgefallen. Naja, wir haben hier immer auf den Korb geachtet. Vielleicht deshalb nicht. Nein, ich bin mir sicher, das wäre uns aufgefallen. Nun, wir werden uns auf gar keinen Fall jetzt mit Ameisen anlegen. Da gehen wir mal schön brav dran vorbei. Das so kurz vor dem Ende hier würde uns das auch noch fehlen. Wir können ja nicht mehr so schnell laufen. Aber da oben ist noch etwas. Da sehe ich doch noch etwas Interessantes vielleicht. Da hat jemand einen Mülleimer hingeholt. Oh, ja klar, neben dem Ameisenhügel. Und ein Brahmin ist uns in die Falle gegangen. Ja, dann machen wir das erstmal. Nicht, dass uns da jetzt auf den letzten Metern wirklich noch was passiert. Das wäre aber nicht so schön. Na gut, solange es drinsteht, können wir hier nichts reparieren, um noch ein drittes anzulocken. Aber hier bei den Hunden können wir doch was tun. Und, ist da friedlich? Scheint friedlich zu sein. Ha, noch ein Streuner, der Dritte. Streuner, der Dritte. Wie schön. Also können wir vielleicht jetzt ein paar Sachen ablegen. Wir waren gerade im Baumenü. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, ob wir hier eventuell neue Siedler schon haben. Also 22 waren es, als wir losgegangen sind. Auch auf die Moral habe ich jetzt gar nicht so geachtet. Schön schmutziges Wasser mitnehmen für unseren Nudel-Eintopf dann für unsere Nudelschale später. Ja, dann legen wir mal ab und dann kommt das Wichtigste. Schlafen gehen nämlich. Ja, auch hier bin ich dafür, dass wir jetzt die Waffen hier erstmal reinlegen. Für das Bauen werden wir natürlich Bauplatz brauchen. Und dafür können wir schon schneller laufen. Nein. Sollen wir nicht mal vorsichtshalber doch zwischendurch schlafen gehen? Nicht, dass wir nochmal zum Schaufelmuseum gehen dürfen, um dort alles einzusammeln. Ein Stündchen schadet ja nicht. Und dann legen wir ein paar Sachen für Sanctuary Hills zurück hier rein. Zurück hier rein. Zum ersten Mal hier rein. Sanctuary Hills. Was bekommen sie denn schönes alles? Die ganzen Rudelsachen. Beim letzten Mal, ich weiß, haben wir sie verkauft. Diesmal gibt es auch gar nicht so viel. Ich glaube, wir haben ja immer noch nicht diesen, aha, diesen Elefantenhelm haben wir immer noch nicht. Patchwork, Shirt und Unterhose. Ja, das kennen wir aber. Es gab noch irgendetwas mit Shorts. Und da wir jetzt gerade hier mal an unserer Holzkiste sind, oh, das ist aber eine lange, lange Liste, müsste das sein zumindest. Ob wir hier noch irgendetwas mit Shorts rausfinden können, ich bin ja nicht so sicher. Ja, wir werden auf jeden Fall ein neues Outfit finden, das wir dann anziehen können. Hier ist was. Patchwork, Sweatshirt und Shorts. Das haben wir aber schon. Ich meine, wir hatten noch irgendetwas mit Shorts. Ach, wie es jetzt aussieht, wie man sieht, ist da nichts mehr mit Shorts. Was haben wir denn da geguckt? Ja, wenn wir nichts anderes finden, nehmen wir vielleicht sowas mal. Ziehen mal so etwas an. Mal gucken, ob das überhaupt passt zu uns. Ja, das sind schon die ganzen Rüstungsteile, also dann haben wir uns wohl verguckt. Die Küstenwachen-Sachen. Ach ja, Far Harbor. Far Harbor müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal genau anschauen. Und flauschige Hose und T-Shirt. Da war doch gerade die graue Strickmütze, genau. Hier haben wir also tatsächlich eine Siedlung. Nur wie das aussieht. Und wir haben doch jetzt wirklich jeden Stein hier in Nuka World im Ödland umgedreht. Und ja, da gibt es nicht mehr sehr viel mehr sonst. Oh, Momento, Momento. Ah ja, so sehen wir also nackt aus. Okay, ja, das lassen wir erst mal an. Oh, etwas Blut verschmiert, aber... Naja, vielleicht springen wir irgendwann nochmal in einen Fluss oder so. Aber ich finde... Ja, gerade die Stiefel finde ich interessant. Und auch das Oberteil ganz nett gemacht. Das lassen wir jetzt mal an. Was brauchen wir denn noch? Wir müssen was trinken und müssen noch ein paar Sachen für unsere Siedler hier reinlegen. Genau, das wird es sein. Und dann sollten wir auch mal irgendwann uns merken, dass wir dann noch zwei Punkte haben, an denen wir etwas abholen können oder sollten. Das ist zum einen dann dieser Ort direkt in der Nähe von Galaxy Zone. Und dann der Ort am Habologenlager. Ja, auch da liegt noch etwas. Unterhimmst und Jeans ist für unsere Siedler gut. Was haben wir noch Schönes? Kampflüstung. Ja, und das war es dann schon. Ja, den Rest können wir verkaufen. Ja, ich würde ja Juhu schreien und wir haben fast 10.000 Kronkorken wieder. Aber ich glaube, wir hatten schon weit über 100.000 Kronkorken mal. Ja, so ist das, wenn man baut. Dann wird man das auch schnell wieder los, wenn man sich dann die ganzen Sachen kauft. Also es sind keine. Doch, hier ist noch eine Kampflüstung. Sehr schön. Aber ich glaube, hier die Siedler, die Wachen hier, die haben alle schon gute Kampflüstungen. Jetzt können wir doch ein bisschen was verkaufen und einkaufen auch vor allem. Mal sehen. Oh, mal sehen, mal sehen. Das ist doch mal ein Wort. Ist denn Wasser mittlerweile reingekommen? Es gab ja einen neuen Patch, wie ich schon in der letzten Folge sagte oder in der vorletzten. Und mich interessiert, ob das hier jetzt geregelt wurde mit dem Wasser. Nein, wohl ist nicht. Irgendwie in Nuka World kriegen wir einfach kein... Wir bekommen einfach kein Wasser aus unseren strombetriebenen Wasserpumpen. Finde ich schade. Mal sehen, ob wir hier noch verbrannte Bücher oder Stechflügler, Stachel oder so etwas dabei haben. Irgendetwas, was wir ablegen können. Ja, ein Stechflügler, Stachel und der wiegt sogar was. Und verbrannte Bücher wiegen auch was. Also weg damit. Trinken, Essen und Verkaufen. So sieht unser Plan aus. In der Reihenfolge auch ungefähr. Warum knackt das eigentlich immer, wenn wir hier in der Ecke sind und das Wasser trinken? Ich höre dann immer so ein bisschen Radioaktivität knacken. Das ist vielleicht Zufall. Ach, wir haben die ganze Nuka Cola noch nicht abgelegt. Und das schmutzige Wasser auch nicht. Wir sind immer noch hungrig. Wir brauchen mehr Lebensmittel. Ja, Köterkeulen haben wir doch genug noch. Durch die Parasiten. Die Parasiten wollen ja auch genährt werden. Gut, endlich sind wir satt. Räumen wir unser Invental so nochmal ordentlich auf jetzt. Da hätten wir so viel. So viel für unterwegs. Viel zu viel. Aufbereitetes Wasser. Ja, wenn wir das jetzt hier reinlegen. Das bringt ja auch nichts letztendlich. Böhm, Kalmax. Ja, das war doch mal was Neues. Plus zweimal Schleichangriff, Multiplikator. Wahrnehmung 3, Beweglichkeit 3, Gewicht 0,1, Wert 100. Ja, aber das ist doch mal ganz nett. Für kostenlos? Nicht schlecht. Das können wir verkaufen. Kartoffelchips, Kargummi, Klingenkorn kommt hier mal schön rein. Okay, wir sind nicht mehr überladen. Aber wir... Achso, Munition müssen wir noch weglegen. Ja, ein bisschen können wir davon weglegen. Ein bisschen können wir aber auch verkaufen. Und zwar Munition verkaufen. Ja, in der nächsten Zeit wollen wir also zusehen, nachdem wir jetzt das Ödland hier in Nuka World untersucht haben, wollen wir in der nächsten Zeit mal zusehen, dass wir die Siedlung hier fertig bekommen. Dann hätten wir eine Siedlung, zum ersten Mal hätten wir eine Siedlung komplett fertig. Das wäre doch mal was. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt es nichts als Ärger. Moment, 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 Moment. Wie sieht das denn hier eigentlich mit unseren Special-Attributen aus Charisma 11? Da können wir doch mit Sicherheit noch etwas rausholen. Mal sehen. Kleidung. Versuchen wir mal unser Glück hier mit dem, mit dem, mit dem adretten Gentleman. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, handeln wir. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Erstmal wollen wir sehen, ob sich das jetzt mit dem Charisma überhaupt schon lohnt. Und Wasser. Wir bekommen 16 Kronkorken. Mehr bekommen wir auch nicht dafür. Also können wir hier schon mal einkaufen. Vor allem ganz genau. Den gesamten Schrott brauchen wir doch immer zum Basteln, zum Bauen. Und ich muss sagen, es läuft an und für sich sehr gut. Mit unserem Bauvorhaben. Nämlich, dass wir diese Siedlung nicht in unsere Versorgungsrouten aufgenommen haben. Wir wollten ja mal testen, wie sich das anfühlt. Wie das so ist, wenn wir hier quasi von null alles beginnen, nochmal neu zu machen. Und mittlerweile muss ich sagen, es ist nicht mehr so mühsam wie am Anfang gewesen. Also das war hier relativ einfach und unkompliziert. Also das ganze Örtchen hier haben wir ohne fremde Hilfe, also ohne andere Siedlungen aufgebaut. Wir haben nur Sachen genommen, die wir hier in Nuka World dann gefunden haben. Und es hat sehr gut geklappt, wie ich finde. Da bekommen wir aber nicht viel wieder. Was können wir denn noch verkaufen? Wir haben noch ein paar Patronen dabei, die wir verkaufen können. Das war es dann aber auch schon. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, dass sie unsere ganzen Kronenkorken jetzt behält. Denn hier bekommen wir ja auch nicht arg zu viel raus. Aus der Werkbank also kein Wasser, das stört mich wirklich sehr. Denn wir haben eigentlich 174 Einheiten Wasser, sollte das produzieren. 22 Leute, es sind also keine Leute dazugekommen. Die Moral von 64, kaum sind wir weg, dann sinkt schon die Moral. Aber wenigstens bleiben die Leute ja da. Aber auf 100% die Moral zu bringen, das wird noch interessant. Ich tippe mal drauf, immer noch hoffe ich auf Vault 88, dass wir das da schaffen und dass wir das dann, wenn wir das einmal geschafft haben, versuchen, in anderen Siedlungen dann auch zu machen. Problem wird sein, dass wir immer zu wenig Siedler haben. Bei 22 Siedlern, so wie das jetzt hier stehen geblieben ist, wäre das mit der Moral wirklich, wirklich nicht einfach. So, was brauchen wir denn jetzt noch, wo wir das eingekauft haben? Wir brauchen unsere Kronkorken zurück erstmal. Da gucken wir mal in unsere Handelskiste, die ist leer. Aha. Ja, da würde jetzt nur noch bleiben, dass wir ein paar Waffen verkaufen. Aber der Größenbalken ist schon wieder fast am Ende. Also wir müssen, ja, wir sparen die Waffen erstmal. Nun gut, dann hat sie Glück gehabt, die gute. Dann hat sie unsere Kronkorken eben. Wir gucken mal, ob wir unsere Parasiten loswerden. Ja, eigentlich brauchen wir hier nicht unbedingt unseren Dekontaminierungsbogen. Irgendwie ist das merkwürdig. Zumal hier vorne, das scheint aus zu sein, aber das kann jetzt auch an der Sonne liegen, irgendwie. Naja. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich? Ja, wie aufmerksam. Bitte heilen Sie mich, Frau Doktor. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Ach, es krabbelt und kribbelt überall. Ich habe mich schon geduscht, aber das hat auch nichts gebracht. Ich bin ziemlich mitgenommen. Genau. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, nichts, danke. Wir sind fertig. Keine Beschwerden. Hab sonst keine Beschwerden. Hast in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Habt ihr einen Hinterausgang? Ich möchte jetzt gar nicht hier wieder den Dekontaminierungsbogen aktivieren. Ah, müssen wir auch nicht. Wir können einfach rüberspringen. Ja, und wir müssen mal gucken in der Nacht, ob das wieder funktioniert. Also irgendwie müsste hier ein Lämpchen leuchten. Entweder das Grüne oder das Rote heilt. Wenn er aus ist, dann müsste jetzt also das Rote leuchten. Doppelt aus geht da oben mit dem X-Ohr-Gatter also nicht. Na, wie dem auch sei. Es wird schon irgendwann wieder klappen. Ja, was fehlt uns denn hier in der Siedlung überhaupt noch? Hier zum Beispiel. Warum steht hier das Bekleidungsgeschäft so unnütz rum? Also wenn überhaupt, dann müssten wir hier noch etwas anbauen und dem Bekleidungsgeschäft hier so eine kleine, ja, das müsste schon überdacht sein, das müsste schon etwas schöner aussehen. Und mit der Moral, eigentlich sollte die Moral nicht so weit unten sein, das wundert mich ein wenig. Die Siedlung wurde doch, wenn ich mich recht erinnere, nicht angegriffen in letzter Zeit. Und die Siedlung hat viele Schlafplätze, die alle irgendwo überdacht sind, mit Tür, mit Dach. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Na gut, möchtest du lieber auf dem Feld arbeiten? Oh, da haut sie schon ab. Ich habe nichts gesagt. Nichts wie weg auf dem Feld arbeiten. Oh Gott. Scheint wirklich was zu werden. Ah, ich dachte hier würde das Licht oben auch nicht mehr leuchten, aber es leuchtet. Irgendwas stimmt doch hier auch nicht mit dem Licht oben. Ja doch, es stimmt. Sehr schön. Ja, also das nächste sollte also ein kleines Bekleidungs-irgendetwas sein, wo wir hier den Bekleidungsstand reinstellen können. Dafür müssen wir den aber erstmal wegschaffen hier. Und ich sehe schon, der Siedler lässt sich seinen Bekleidungsstand jetzt hier nicht wegnehmen. Das müssen wir dann wohl nachts tun, oder? Wir müssen ihn zeitweilig, also erstmal kurzweilig irgendeiner anderen Aufgabe zuweisen. Ich glaube, wir haben zu viele Farmer hier. Mit 36 Essen ist zwar ganz nett, aber die Farmer könnten besser irgendwo anders arbeiten. Zumal wir hier drüben noch eine Gaststätte machen wollen mit Biergarten und so weiter. Da müssen ja auch noch einige Leute hin. Und wenn wir 100% irgendwann mal erreichen wollen, brauchen wir sowieso eines. Nämlich mehr Bars. Und dafür brauchen wir mehr Arbeit. Auch die Wachen sind ziemlich gut bestückt. Und sieben Wachen, glaube ich, haben wir hier. Das ist ein bisschen viel, meine ich. Für meinen Geschmack. Also auch im Bekleidungsgeschäft fehlt ja noch jemand, der dort Handel betreibt. Ein Händler fehlt auf jeden Fall. Sie ist ziemlich alleine hier. Zwei Händler würden hier noch gut reinpassen. Aha, dann könnten wir noch einen Waffenstand aufbauen. Da bräuchten wir noch irgendwie eine Kleinigkeit für. Also ein kleines Häuschen oder so etwas. Waffenstand. Und dann wäre es das doch. Oder was haben wir sonst noch? Rüstung haben wir da. Kleidung haben wir. Sehr viel sogar. Zu viel für meinen Geschmack. Und ansonsten haben wir hier noch den Friseur. Eine Bar ist schon da. Eine Bar ist auch in der Spielhalle da drüben. Warum ist hier eine Leiter? Aha. Die Leiter brauchen wir dann wohl nicht mehr hier. Haben wir vergessen, die wegzunehmen. Aber die Spielhalle hatten wir doch soweit fertig gemacht, oder? Damit waren wir doch zufrieden. Oder gab es hier noch was? Abgesehen von Dekorationen natürlich. Dekorationen kommen auch noch. Also auch hier fehlt jemand, der hier den Getränkeautomat, den Getränkeautomaten bedient. Aber ich denke mal, die Leute nehmen das hier gedankend an. Also abends haben wir schon gesehen, es sind doch einige Leute hier in der Spielhalle. Übrigens, wo ich es gerade sehe, ja, diese Jokebox hat ja klassische Musik gespielt. Und ich hoffe, man hat das jetzt gar nicht, ich glaube auch, man hat das jetzt gar nicht auf dem Kanal so wahrgenommen. Aber die Folge hat tatsächlich, da hat die GEMA wieder Theater gemacht. Ich glaube, das muss nicht unbedingt die GEMA gewesen sein. Oh, wir dürfen gar nicht schlafen. Wir wollten doch den Bekleidungsstand mal abbauen dort. Auf jeden Fall gab es da einen Hinweis bei YouTube. Ah ja, jetzt können wir ihn einsammeln. Dass die Folge eben urheberrechtlich geschütztes Material enthält. Ja, was ich sehr schade finde. Ich bin ja, habe ich schon öfter gesagt, sonst immer mit Radio rumgelaufen. In New Vegas oder Fallout 3. Die Musik finde ich ziemlich passend und ziemlich gut eigentlich. Ja, passend auf jeden Fall auch, ja. Ja, jetzt wo der Stand weg ist, können wir natürlich schlafen. Oh, das ist doch viel zu kurz. Na ja, dann fangen wir halt früh an. Das wird schon niemanden stören hier. Ach, jetzt haben wir auch noch eine Infektion. Ich weiß gar nicht, irgendetwas konnten die Ärzte doch hier auch nicht machen. Kurieren. Mich wundert es auch, dass hier noch keine Händler angekommen sind. Also in Vault 88 hat es geklappt und ich glaube sogar, das Ding hier scheint kaputt zu sein. Und ich glaube sogar in Far Harbor, dass wir da sogar Händler hatten. Warum ist sie eigentlich hier? Sie hat doch ihren Stand ganz woanders. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Nein, nein, schon gut, schon gut, schon gut. Oh, jetzt haben wir sie gestört in der Nacht. Sie wird aber ziemlich... Sie wird ziemlich rappelig sein am nächsten Tag. Sie hat schon gemerkt, hä? Was? Schlafen, lass mich schlafen. Dann weisen wir ihr mal einen besseren Ort zu. Das ist merkwürdig hier. Naja. Ja, dann wenn wir die Siedler mal suchen, dann wollen wir sie auch finden. Also, wenn sie schlafen geht, haben wir ihr doch extra hier ein Bettchen hingelegt. Zuweisen. Haben wir doch schon. Ja, dann sollte sie auch hier an ihrem Arbeits... Boah, der Hund. Ich dachte schon. An ihrem Arbeitsplatz schlafen sollte sie. Wir warten, bis der Arzt auf hat am nächsten Tag. Wir gucken uns nochmal an, was hier mit unserem Dekontaminierungsbogen schief läuft. Irgendwie... Ja, irgendwie läuft es nicht so richtig hier vorne mit dem. Das scheint mir kaputt zu sein. Ja, da tut sich nichts. Okay, manchmal tut sich was, manchmal nicht. Ja, bei Lampen funktioniert es ja, die manchmal so anzuheben und einfach nochmal loszulassen. Wenn also die Scheinwerfer nicht mehr leuchten. Ja, das scheint aber wirklich, äh, wirklich nicht mehr zu funktionieren hier vorne. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Ach so, was tragisch ist, wir wollten hier ein Bekleidungsgeschäft neben dem Krankenhaus erstellen. Und damit fangen wir doch vielleicht mal ganz kurz an. Also, es soll etwas richtig, richtig Kleines werden. Aber hübsch soll es ja schon aussehen. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht mit der Infektion, die sich da ausbreitet. Ja, also, wenn es richtig, richtig klein werden soll, dann sollte das hier vielleicht schon reichen. Wenn wir anfangen, nach oben zu bauen, dann ist doch alles schon wieder zu spät. Das kann man auch fast vergessen, dann. Also, wenn wir anfangen, nach oben zu bauen, dann müssen wir anfangen. Also, wenn wir anfangen, nach oben zu bauen, dann müssen wir anfangen. na wo wollte das gerade hin das war doch richtig ja ich weiß die infektion das gefällt mir ja auch nicht du schaffst das aber schon das finde ich jetzt sehen wir ein bisschen erstaunlich dass das dass man das jetzt hier so nahe hier dran bauen konnte das problem ist dass man jetzt hier diese kleine hütte mit dem bett hier drin für die wache dass man das gar nicht mehr dass man die hütte gar nicht mehr weg bekommt jetzt sonst müssten wir das was wir jetzt eben gebaut haben alles wieder abnehmen und neu aufbauen eine tür da ist die tür ach was ja gut also von der idee her schon mal nicht schlecht aber es ist sowieso zu nah hinten an der hütte dran oder die hütte ist so nah hier dran und das wird wahrscheinlich sehr schwierig seien die jetzt hier weg zu bekommen nachdem wir sie einmal hier so platziert haben so schön versuchen wir es dennoch mal die hütte ein bisschen weiter weg zu bekommen ja sonst nehmen wir gleich ein antibiotika wenn die ärztin ich weiß auch gar nicht ob die ärztin das überhaupt teilen kann ja das ging doch noch mal gut hier ist das denn weit genug jetzt weg wir haben es doch nach hinten naja vielleicht versuchen wir es noch mal ein wenig weiter nach hinten zu schieben also nach vorne oder nach hinten je nachdem wie man es sieht ich finde es gut und vielleicht reicht das ja schon für unser vorhaben mal sehen also es darf ruhig etwas höher sein vielleicht fangen wir hier vorne mal mit einer treppe an dann haben wir doch die richtige höhe so einer hier man Oh ha. Na ja, das war ja schon richtig so. Hm 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 hm. da brauchen wir wohl noch eine außenwand eine außenwand mit dach und mit mit fenster ja sowas würde mir zum beispiel schon ganz gut gefallen an dieser stelle ja 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 Boden oben? Wie war das damit? Ein Boden oben? Oder mal gucken. Was sind das für Geräusche hier? Ach so, irgendjemand ist hier durchgelaufen. Ah, die Ärztin ist da. Ja, da müssen wir doch gleich mal gucken, ob sie uns heilen kann. Aber eigentlich, eine Infektion sollten doch Ärzte auch in den Griff bekommen, meine ich. Genau, mich heilen. Infektion. Genau. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, danke, das war's. Wir sind fertig. Und ich habe keine Beschwerden mehr. Sonst keine Beschwerden? Vielen Dank. Was war's? In Ordnung. Stirbt mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Abgemacht. Uns geht's auch wieder hervorragend. Sehr schön. Also, die Verkäuferin kann hier rein. Sollen wir hier vorne versuchen, auch noch eine Treppe reinzubauen, dranzubauen? Oh, ja, das sieht doch etwas schübscher aus, so. Ja, und da brauchen wir ja entweder einen Boden oben, oder? Ja, mal gucken. Ein Bettchen bekommen wir hier nicht hingestellt. Unter die Treppe aber. Ich bin eher dafür, dass wir da später ein paar Regale hinstellen, oder Kisten, wenn das passt, so als Lagerraum da hinten. Es ist ja ein Bekleidungsgeschäft. Ja, schade eigentlich. Da müssen wir doch hier vorne ein bisschen... Ich wollte hier eigentlich schon ein Dach drauf machen und es nicht zu groß werden lassen. Aber so einen kleinen Raum für ein Bettchen braucht die Verkäuferin schon. Also, nehmen wir jetzt einen Boden oben, den wir da hinbauen. Damit es auch hübsch aussieht, einigermaßen. Oh, dann müssen wir mal schauen. So etwas? Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Nein, nein, nein. Das ist dann wohl eher nichts dafür. Zielt er auf mich? Ah, ja, das passt doch gut. Moment, da war noch etwas. Obwohl... Ja, genau. Diese Mauer, diese Wand hier. Ja, das geht, das geht. Ein bisschen stelle ich mir die Frage, ob wir nicht vorne auch noch so eine Art Balkon irgendwie anbringen sollen. Ich finde es sehr gut. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Mal sehen, wie das optisch so wirkt. Oder ob das dann schon wieder zu klobig, zu groß, zu klumpig wird. Mal sehen. Uhuhu, Level up. Ja, doch. Könnte man machen, finde ich. Hier zumachen an der Seite. Und an dieser Seite vielleicht noch eine Treppe nach unten. Wenn das klappt, mal sehen, wie das klappt. Dafür bräuchten wir... Ja, nein. Ja, das ist auch noch nicht das Richtige. So etwas vielleicht. Ja, das wird schon gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es klappen wird. Wenn wir jetzt eine Treppe natürlich hier noch dran bekommen. Gefährlich Treppe. Also gut, das klappt schon mal nicht so gut. Aber wir haben ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit, eine Treppe hier dran zu bekommen. Genau. Na, okay. Nicht so gut, aber... Oh ja, das geht. Okay, das eine Geländer verschwindet zwar so ein bisschen in der Wand, aber das kann da ja auch reingebohrt sein. Ein Loch und dann das Geländer dort festgesteckt. Ich finde, das geht. Hier guckt es nicht mal raus. Also wunderbar. Und was ist los? Ja, dann machen wir das hier auch noch zu an dieser Stelle. Ich meine, was man hier machen könnte, man könnte doch auch dann hier so, dass man hier oben drauf laufen kann. Aber wofür? Nur um darüber zu laufen? Nein, 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 komm. So was machen wir in einer anderen Siedlung. So eine schöne verbundene Sache. So eine Art Baumhaus-Evork-Stadt oder so etwas. Na ja, nicht ganz so, aber ich habe da noch so eine Idee oder zwei, wie man noch ein paar interessante Sachen hier reinbringen kann. Also hier Nuka World wohl eher nicht in Nuka World Red Rocket. Aber wir haben ja noch andere Siedlungen und ja, da sollte noch was anderes passieren auch. Keine festen Pläne habe ich natürlich nicht, aber schon so einige Vorstellungen. Ja, auch das sieht mir jetzt an der Seite schon wieder luftig aus, so ziemlich. Also wenn man hier guckt, jetzt von hier aus gesehen, die rechte Seite ist ja zu. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die linke war aber offen. Hier ist auch die rechte Seite geschlossen. Hier sind beide Seiten offen. Ah, hier ist die linke zu. Das kann man schwer sagen. Hier ist auch die linke zu. Haben wir denn keine, wo beide Seiten zu sind? Kein Dach? Na, sowas höchstens mit dem Loch oben drin. Ja, komm, nehmen wir das dann vielleicht. Achso, hier sind beide Seiten zu. Und leider vorne. Irgendwie optisch, ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt, vor allem mit dem Loch hier drin. Na ja, gut. Mal sehen, wie es von unten aussieht, von außen. Ja, doch, das geht. Ja, hat eben ein Loch oben drin, aber da kann man dann noch irgendwie Strom durchführen dann. Ja, was brauchen wir sonst noch hier für das kleine Geschäft? Da bin ich doch mal dafür, dass wir das vorne erst mal zubauen hier. Ausnahmsweise mal zwei die gleichen Teile. Und dann brauchen wir doch jetzt nur noch den Laden dort einmal rein zu zaubern. Ein Bett oben rein und dann ist das fast schon fertig. Bis auf die Dekorationsgegenstände natürlich wieder. Achso, mit den Ständen, das ist ja immer so eine frickelige Sache. Da nehmen wir lieber einen großen Teppich für. So etwas passt der denn hier rein wenigstens? Oh, da muss es aber schon sehr genau da drauf stehen. Der Laden. Wie, wie machen wir das denn? Also, ich bin dafür, dass wir das irgendwie... Da das immer so ein Problem ist hier mit dem Teppichglitch, bin ich dafür, ja, das sieht doch schon besser aus, dass wir das mal versuchen hier so an dem Bordstein den Teppich hinzustellen und dann das Geschäft drauf zu bringen. Da sieht man das nämlich etwas besser dann. Kann man den überhaupt jetzt noch nehmen oder hängt da alles andere mögliche wieder dran? Nein, das kann man so aufnehmen. Das ist gut. Und das Geschäft noch drauf. Wo haben wir es? Das Bekleidungsgeschäft. Kleidung. Kleidung, das ist es. Ja, das klappt doch. Das wird schon klappen. Also, man sieht, hier steht es auf dem Boden und da ist es nach oben gesprungen, also. Der Teppich soll ruhig liegen bleiben da drin. Also können wir das hier jetzt abstellen. Jetzt brauchen wir drin nur noch den Teppich zu verlegen. Den Stand nehmen wir gleich mit. Hoffentlich passt das. Oder wir müssen den Stand eben doch noch etwas genauer da drauf stellen. Also etwas weiter nach hinten noch, ja, das dachte ich mir. Der Teppich, nein, der müsste eigentlich passen. Okay. Stand muss weiter auf den Teppich. So ungefähr. Und vor allem nehmen wir das diesmal vielleicht von dieser Seite. Da kann man das etwas... Na, wieso geht das nicht? Ha, was mache ich denn hier schon wieder falsch? Ah, das mit dem Teppich glitsch, das will bei mir nicht so ganz glitschen, so wie man sich das wünschen würde. Sollen wir doch einen kleinen Teppich nehmen? So, jetzt egal. Okay, überredet. Wir nehmen einen kleinen Teppich. Sehr schön. Das Wetter meine ich und dass wir, dass das immer noch so schön funktioniert, ja. Versuchen wir es mal mit einem kleinen Teppich. Wo haben wir denn die kleinen Teppiche? Also einen mittelkleinen, diesen hier vielleicht. Was ist das? Ja, das sieht dann vielleicht drinnen nicht so schön aus, wenn da dieser kleine Teppich liegt. Denn wie ich in der Vergangenheit öfter gemerkt habe, wenn man die Teppiche wegnimmt, dann... Na, was ist das denn? Das sollte doch eigentlich gehen. Wenn man die Teppiche wegnimmt, dann versinkt der Stand meistens so ein wenig im Boden. Ja, aber das wurde doch jetzt nicht weggepatcht, oder? Das glaube ich ja jetzt nicht so ganz. Das müsste eigentlich klappen, meine ich. Moment mal, wir bekommen doch so einen Teppich hier reingelegt. Ja, klar. Ei, warum passt das dann mit dem Stand nicht? Geht der gar nicht mehr, der Glitch? Doch, warum sollten wir das weggemacht haben? Dann würde das hier ja schon gar nicht mehr klappen. Denke ich mal. Also, das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Probieren wir das mal? Hier haben wir das doch auch hinbekommen. Ja, okay, das ist ja ein bisschen höher. Aber damit dürfte das doch eigentlich nichts zu tun haben. Aha. Der geht nicht mehr? Doch. Hier würde es auch gehen. Und hier. Ach was, ist das wirklich zu niedrig? Müssen wir andere Strukturen dafür nehmen? Möchte ich aber gar nicht. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut jetzt. Versuchen wir das mal andersrum. Vielleicht steuern die Geländer ja ein wenig daran. Das ist der Trick. Ich... Ja, ich war jetzt ein wenig verwöhnt von dem... Von dem Betonmauer-Glitch. Der funktioniert ja ein bisschen anders. Natürlich funktioniert das. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Liebe Welt da draußen, wir bauen die Geländer wieder auf. Ich freue mich immer, wenn ich einen Fehler entdecke, den ich korrigieren kann. Also, wenn man was dran machen kann, ist das doch immer gut. Finde ich. Na ja, das sieht relativ gut aus. Ach ja, das ist der Fehler. Hier natürlich nur den Teppich nehmen. So, nur den Teppich nehmen und nicht das ganze Ding. Also, nicht beide Teile, also nicht eh lange gedrückt halten, sondern nur den Teppich nehmen. Bitte. Und schon funktioniert das doch. Jetzt frage ich mich, ob wir das so ein bisschen rausstehen haben wollen, damit man oben das Schild auch noch sieht. Oder wollen wir das Schild gar nicht sehen? Also, so. So würde ich fast sagen. Das Schild muss man nicht unbedingt sehen. Aber, ja, das hätte auch was. Aber das ist sowieso nur halb das Schild. Also, nehmen wir das so, dass wir das Regal hier vorne noch sehen. Also, da kann man ein bisschen sein Bierchen abstellen, zum Beispiel, während man sich die Kleidungsstücke anschaut. Und, ja, das ist doch ganz in Ordnung. Hier könnte vielleicht noch eine Lampe an der Seite hin. Den Teppich lassen wir mal liegen. Ist der Teppich immer noch verbunden eigentlich mit dem? Ja, ist er noch. So kann man das dann im Nachhinein, falls hier kein Platz ist für eine kleine Lampe oder so etwas, kann man den Teppich, kann man das Ganze nochmal ein bisschen weiter nach links schieben. Mal schauen. Oben guckt natürlich etwas durch hier. Ja, hier oben soll sowieso so etwas wie ein Bett hin. An dieser Stelle, denke ich, können wir also nochmal ein Geländer aufstellen, damit das hier nicht so ins Auge fällt. So ungefähr. So ungefähr. Und Momento, Momento. Ja, es ist schön, dass wir so viele Sachen jetzt bekommen haben hier, dass man so viele schöne Sachen bauen kann. Das ist doch wirklich nett gemacht. Das ist doch wirklich nett, dass wir so viele Sachen bauen können. Oh ja. Finde ich gut. Und ein Bett, wo wir schon mal dabei sind. Hier oben mal ein bisschen etwas zu basteln. Was haben wir denn für Schränke? Obergeschoss, nein. Regale? Haben wir da auch was? Oh ja, wir haben was zum Hinstellen. Ach, das ist doch ganz nett so. Da hat man nämlich hinten gleich so ein Regal. Da kann man sein Bier draufstellen, bevor man schlafen geht. Eine Nachttischlampe wäre noch schön, was haben wir denn für schöne Lampen haben wir so etwas wie eine Nachttischlampe überhaupt? Wir haben ja noch nicht sehr viel, sehr viel dekoriert haben wir noch nicht. Also bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, so etwas ist zu groß. Genau. Na, so etwas. Ja, wir haben glaube ich eine Nachttischlampe mit dem... Allein schon mit dem Walltech Workshop dazu bekommen. Nein, doch nicht. Ach was. Läuft das vielleicht unter Deko-Gegenstände? Kann das sein? Ich dachte, wir hätten so ein kleines Nachttischlämpchen irgendwo. Kaum zu glauben bisher. Ich habe das total in Erinnerung, dass da irgendetwas mit einem Nachttisch war. Schilder? Plakate? Statuen. Aha, hierbei vielleicht. Ach, das gibt es doch nicht. So ein Nachttischschränkchen hatten wir. Nachttischlicht hatten wir doch irgendwo. Ja, aber hier haben wir jetzt schon durchgeguckt. Vielleicht haben wir es bei den Lampen irgendwie übersehen. Ah, vielleicht bei sonstiges. Tja, dann war das wohl ein Traum. Ach, bei den Laufschriften doch nicht. Gucken wir nochmal in Ruhe bei den Lampen nach. Na, das wäre doch etwas zum Beispiel. Aber das kann man nur auf dem Boden platzieren. Das verstehe ich ja auch nicht so ganz. Warum? Ach, hier sind sie doch. Ach, das meinte ich genau. Haha. Ja, was will man denn mehr? Ich finde es gut. Eine Tür jetzt noch, die nach außen aufgeht. Dann ist es fertig. Nur so fürs Erste. Dekorieren, so richtig dekorieren machen wir später. Die rote Tür. Und geht sie nach außen auf, denn? Jawohl. Sehr schön. Eine Stütze wäre noch schön. Okay. Aber dann kommt man hier nicht mehr dran vorbei. An der Seite bis jetzt kann man hier vorbei, ja. Ach, da muss man ja auch nicht unbedingt hier dran vorbei. Ja, nur so für die Leiter. Das wird schon, das wird schon klappen. Wenn das oben nicht... Naja, okay. So klappt es dann doch nicht so gut. Also das gefällt mir jetzt nicht so gut, wie ich dachte, dass es mir so gut gefällt. Na, das will jetzt gar nicht, oder? Nee. Na, nein. Also gut, dann vielleicht doch keine Stütze. Es wäre mir sowieso ganz lieb, wenn es so ein paar von diesen schrägen Stützen geben würden. Diesen Stützbalken. So schräge. Oder mit Holz. Haben wir mit Holz vielleicht mehr Erfolg? Okay. Na, das sieht jetzt erstmal nicht so danach aus. Das war es nicht, oder? Jetzt einen kleinen oben drauf. Nein. Wohl eher nicht. Überhaupt nicht. Na gut, dann lassen wir das so. Ja, die lassen sich leider auch überhaupt nicht hier oben reinstellen, so richtig. Also nicht ganz. Also ich stelle mir noch vor, wenn das hier so in die Ecke, wenn das geht, dass man das hier so in die Ecke stellt. Ein bisschen war es gerade grün hier. Wenn man das jetzt mit einem da drunter verbinden könnte. Ja, aber es verbindet sich nur oben. Da ist doch unser guter Preston. Mit dem müssen wir bald mal wieder rumlaufen, finde ich. Den haben wir ganz schön vernachlässigt. Aber der hat uns auch ziemlich genervt, muss ich sagen. Oh, hilf mal der Siedlung, hilf mal der Siedlung. Und was ist immer das gleiche? Gule. Ja, das muss doch irgendwann mal ein Ende nehmen. Und wenn wir hier, das lässt mir keine Ruhe irgendwie hier so ganz. Wenn wir hier einfach die Leiter ein bisschen verbinden. Das wäre ja auch schon ganz gut. Abstützen so die Leiter an einer Stelle. Ach, das wird niemals unten hinhauen. Ah, hier vielleicht. Oh ja. Oder hier sogar. Oh, ich sehe schon. Das geht aber hier, wenn wir das etwas zurückziehen. Ja. 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 Ja, ich finde es gut so. Sieht auch ein bisschen zusammengeschustert aus. Ja. Also, mir gefällt es. Ich habe nichts gesagt. Schon gut. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut hier. Aber da steht es auf jeden Fall. Und dann darf ich mich mit diesem Bild bedanken für euer Zusehen. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.